Kala, freust du dich aufs neue Jahr? Ja, besonders auf den 25. Januar. Was ist denn am 25. Januar? Da ist die Show. Was denn für eine Show? Na, die Show. Ja, was denn für eine? Die Show. Die OMG Show. Am 25. Januar um 19.30 Uhr im Café Theater Charlotte. J.-C.